Wir sind nur einige von vielen, was uns vereint. 22 Uhr, 18 Uhr. Ein großer Traditionsverein ist wieder da, wo er hingehört. Der Weg. Intensiv. Magisch. Mit allem, was wir geben können. Der erste Fußballklub Köln kehrt zurück in die Bundesliga. Doch der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Arm in Arm. Mit den Fans. Mit der Stadt. Mit euch. Hallo, ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt eine YouTube Endcard und soll euch sagen, dass die Videos hier rechts sehr, sehr gut sind. Bis zum nächsten Mal.